oder sonst irgendwie sichergestellt, dass der staatliche Aufseher nichts tut? Die meisten irischen Journalisten und Anwälte, mit denen ich gesprochen habe, gehen davon aus, dass die irische Regierung den unabhängigen Datenschutzbeauftragten direkt oder indirekt dazu bringt, nichts zu tun. Beweise gibt es dafür jedoch keine. Der alte Mann kann auch einfach nur so total verblendet sein, ganz unabhängig davon, was die Politik von ihm will. Wenn wir einen Blick auf die Statistik der Behörde werfen, ist das auch sehr viel wahrscheinlicher. Seitdem der neue Commissioner 2005 übernommen hat, hat die Behörde nur noch 2 bis 4 Prozent der Beschwerden formell entschieden. 2001 waren es noch 68 Prozent. Den Rest hat sie informell erledigt, also in der Praxis zu einem großen Teil nach ein paar abweisenden E-Mails einfach in den Mistkübel geschmissen. Fertig. Ich persönlich habe daher eine andere Theorie. Eine totale Ohnmacht im Rahmen der Gesetze. Ganz ohne Geldkoffer und Interventionen des Ministers. Wie funktioniert das? Zuerst wird ein Entscheidungsträger gewählt, der sicher nicht irgendwie aktionistisch veranlagt ist. Der irische Commissioner war diesbezüglich eine Idealbesetzung. Ein Diplomat und Apparatschik. Zum NSA-Skandal sagte er im irischen Radio, dass die Totalüberwachung ohnehin nur zu unserer Sicherheit passiert. Bei einem Vortrag zum Europäischen Datenschutztag betonte er, dass Irland leider dazu verpflichtet ist, EU-Datenschutz umzusetzen. Dass das Recht auf Datenschutz mit dem Vertrag von Lissabon auch noch zum EU-Grundrecht wurde, haben die Iren seiner Meinung nach übersehen. Außerdem ist Irland seiner Ansicht nach mit dem Vertrag von Lissabon